Guten Abend. Also ich würde mal sagen, in Österreich war das bisher die absolute Spitze, muss ich echt sagen. Das wird schwer zu toppen sein. Wahnsinn. Wir alle tragen euch im Herzen in die nächste Stadt. Ich würde mal sagen, Linz, ihr wart der absolute. Dankeschön. Wiederschauen. Kommt gut nach Hause. Danke. Danke. Vielen Dank.